ja 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 hallo meine lieben Freunde hier sind wir auch schon wieder bei Let's play Pflanzen gegen Zombies wir haben jetzt auch schon fast das Abenteuer also das Abenteuer und würde mal sagen wir machen jetzt den Endboss weil wir sind jetzt gerade beim Endboss ja er will nicht mehr nie nur Teilen lief und haben ja auch noch ja 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 Oh mein Gott. Und dann hängen wir in meiner Haut die ganze Zeit. Da, 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 da! Ja, ist klar. Ach komm schon. Oh mein Gott. Reus Trambell, ganz kurz. Es tut mir leid, dass ich beruhigt bin. Aber, ja. Der Boss ist nicht so einfach wie er aussieht. Ganz einfach zu leben. Oh ja. Das war's. Ja, der ist mies. Ja, da habe ich wohl bekommen. Erst mal hier, hier, hier. Hier. Ja, da habe ich. Wir haben da ein Problem. Alter, die Antianomie. So schnell nicht, mein Freund. Ja. So schnell nicht, mein Freund. 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 Ja, das ist mir so. der ist total mies die 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 Ich hab's doch nicht gar gar nicht reagiert. Doch, stirb doch mal. Stirb bitte, stirb bitte. Der Bond ist hoch. Wenigstens kann sich jeder verändern, aber wenigstens... Da kommen wir schon. So. Wir haben's geschafft. Das Spiel ist durch. Silberne Sonnenblumentrophäe. Glückwunsch, du hast den Zombieangriff mit Bravour abgewehrt. Dein Rasen ist sicher im Moment. Na gut, du hast gewonnen. Nix mehr mit Gehirne fressen. Wollen lieber ein Musikvideo mit dir machen. Herzlich die Zombies. So. Das Team zeigen. Yo. Mitwirkende. Spieldesign. John's Fan. Programmierung. Todes und Tod. Grafik. Rich Werner. Musik und Sound. Laura Chirara. Oder so. Und jetzt kommt der richtige Parade voller Zombies und sie. Die Sonnenpflanze, die sinkt natürlich. Ja, das ist doch mal ein richtiger, richtige Parade hier. Holla Zombies und Pflanzen. Hört ihr euch mal schön, dass... Dieses Lid hier an. Öps. Öps. Mikrofunkfall. NOOOOO. Da habt ihr mal gesehen, was was dem denn ist. Die Zombies das Gehör. Und dann schreit hier der eine. I used to play football. Protons protect my head. I have a screen door shield. Ja, da wieder. There is a zombie in your body. Ich kann auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich kann nicht was schmecken, dass ich... Also 100% mache ich jedenfalls nichts. Da müsste ich nochmal... Das Anteuer machen. Und einiges anderes. Mit Untertitel. Ja, das ist das. Oh, ja, das ist das. Oh! Ein paar Tage her. Ich bin jetzt auf einmal auf dem Kopf. Ja. Ich bin jetzt auch in den Kopf. Ich bin jetzt ein Bauch. Ich bin jetzt ein Tricycle. Die Tricycle. Dieälter auf mein Kopf. Die es Global geht in meinem Kopf. Ich bin jetzt auf einmal r permanent. die 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 Ja, ich bin nicht erinnert. Ist auch egal. Jo, da ist der da. Na, sieh mal, wer da alles runterkommt. So, haben wir das Spiel mal durch. Aufs Hauptmenü. Abenteuer abgeschlossen. Weitere Minispiele, Rätsel und Überleben, Moni, wurden freigeschaltet. Sieht ihr auch die neuen Dinge in Deputy Days' Laden an. Ja. Oh. Na, toll. Okay. Minispiele. Aha. Aber ich würde erstmal sagen, wir lassen es jetzt mit den Let's Play. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Danke, dass ihr das Video zugeschaut habt. Dass ihr euch angeschaut habt. Und ich würde demnächst, mit dem nächsten Let's Play auch anfangen. Vielleicht morgen und übermorgen oder übermorgen. Kommt drauf an. Oh, hier nochmal. Also, wie gesagt. Freut euch schon mal auf das nächste Let's Play. Und... Das war's auch mit mir. Euer Skyrider LP. Bis dann. Okay. Ich hab den falschen Knopf gedrückt, aber jetzt erstmal. Viel Spaß beim nächsten Let's Play auch nochmal. Und... Das war's mit uns, Skyrider LP. Bis dann. Du... framed 저는. toxins Wie gesagt. Ich kann nicht bzw. these noi somos, Untertitelung des ZDF, 2020